Achtung Kavallerei! Links ist Kavallerei! Ausrichten zur Kavallerei! Ich meinst zurückziehen, ja, ne? Ja! Achtung Rückzug! Linie hinten! Wo ist denn Kavallerei? Linie hinter mir, Linie vor Ort Marsch! Oh, Achtung, die kommt! Die kommt, die kommt! Achtung, Lokformation! Aufbauen! Frei Feuer! Feuer auf eigenes Ermessen! Aufzunehmen! Lasst euch nicht! Bleibt schön zusammen! Lasst euch nicht chargen! Bleibt so zusammen! Bleibt schön nah zusammen! Lasst euch nicht reinreiten! Die reiten da nicht rein! Lass uns nicht reinreiten! Die reiten da nicht rein! Los, los! Achtung, 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 Achtung! Schön zusammen! Die trauen sich nicht! Die inneren Nachschlagen! Nein, gar nicht! Ja, du standst zu weit draußen! Einer muss ja draußen stehen! Wer hat da raus? Mach deine Klotze leiser! Die ist irgendwo zu Ende! Wir sind da hinten tief! Weiß! Ja, dann bleib zu stehen! Bleib zu sitzen! Bleib zu sitzen! Bleib zu sitzen! Nicht mehr schießen! Stopp! 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 Das schießen! Achtung! Weiter zurück! Linie hinter mir! Linie volls Marsch! Linie hinter mir! Da den Fernseher ausmachen bitte! Oder die Musik! Was es auch mal ist! Lauf doch mal hier! Linie hinter mir! Linie volls Marsch! Ben! Du auch! Bei Valerie kommt der Berko! Weiß das! Alter, wer hat da die Lotze an? Max! Soll ich mal schnell Talkpower in den Channel setzen? Eigentlich richtig! Ich weiß nicht! Schliedi, mach mal bitte die Musik aus! Anlegen! Freies Feuer! Da müsste was treffen! Genau! Genau! Schöne Dinger! Schöne! Die ziehen sich zurück! Boah! Füßte! Komm! Link! Lege seit 9! Geh weg! Geh zu Art! Geh zu Art! Geh zu Art! Weiter zurückziehen! Weiter zurückziehen! Nicht mehr schießen! Weiter zurück! Weiter zurück! Weiter zurück! Alles abbrechen! Alles in den Stein hinhergehen! Hier bei den verdammte Franzosen Flagge stehen! Bei den Stein! Ich brauche hier eine Franzose Flagge mitnehmen! In die leichte Formation! Voll schwul! Verteilt euch richtig! Nicht so auf den Haufen! Das sieht aus! Ist es freies Feuer? Ja! Freies Feuer! Wir kriegen Hilfe! Ist auch nötig! Von der 15. Ja! Lass sie mal! Jetzt kriegen wir auch! Weil wir dort Kills machen! Wartet! Wartet! Die Kavallerie überrennt gleich unsere Artie! Sollen sie! Wir helfen können jetzt nicht helfen! Die haben doch selber nichts! Ja! Das bringt aber glaube ich nichts! Nö! Die Artie ist tot! Ja! Pass auf die Kavallerie auf! Da kommen jetzt zu viele Linien! Ähm! Pass auf! Nicht mehr schießen! Alle nachgeladen! Jo! Alle nachgeladen! Linie hinter! Jawoll! Schnell! 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 Los! Los! Oh! Ich sehe die schon kommen Jungs! Schnell! Läufe! Hier steht die Linie! Mach einfach geordnete Linie! So! Und dann! Linie vor jetzt Marsch! Ich muss in der Linie vor jetzt Marsch! Ich muss in der Linie vor jetzt Marsch! Wir müssen in der Linie vor jetzt Marsch! Rainblade! Und Shemuni weiterlaufen! Ja! Oh! Was mein Bruder gewartet! wird also noch mal die Kürzleitungen die es ist ja okay ich höre ich halte jeden Weg Busquetsch ja und geschehen ja ich gut mal ich habe es nicht mehr als erheblich aber es ist Achtung er hat Aufgelockerte Formation! Auf die Leichtschießen! Der hat uns nicht gesehen! Mach's weg, mach's weg! Und dann wieder hinter den Hügel! Hinter den Hügelkampf! Pssst, komm! Der war gut, Leute! Ist doch gut! Ja, mach's eh nicht! Gibt's teuer! Ja, das ist... Das ist einfach ein Arsch! Lockere Formation! Immer wieder vor und schieß! ... ist doch gut! Wir müssen dich doch mal! Wir dürfen nicht einzelne wieder rübergehen und schießen! Schieß lieber auf die Gase! 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 Achtung! Rückzug! 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 Weiter zu den Steinen zurück! Wir dürfen nur Informationen schießen! Wir dürfen uns aber nicht bewegen! So was hier ist übelst gegen die Regel! Okay, das musst du dir... Hier runter, runter! Unten hin! Rechte Linie! Und dann freies Feuer auf... Na gut, Cliff hat die Führung. Allte Formation, freies Feuer auf die Skirmish-Dekson. Nein, nein! Und hockenbleiben. Nicht, bitte. Ich bin... Nicht unter Steine gehen oder so. Wo, 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 wo. Wer ist protagonistin? Wingsum auf dem Hügel, Alter. Leggeung. Äh... Wer ist denn der Mensch? Du? Ich bin tot. Flemmy. Ja, dass wir zuhause einfach laufen... Hey, Räckzug! Lauf doch mein Leben! Hahaha. hat er auch nicht die Laufhörer Köln aber auch wenn nicht die Leiter wird ihr seid auch gelaufen und nicht mehr als erländlich im Spiel er hat das Leben und ein gestattes Welt einmal nur so das war auch wenn er weg die Laufkopp hier werden Leute ich habe über den Kopf das war ja und sollte das die neue Leute ergebnis haben Leute wo seid ihr Ich hau Talkpower rein! Dreh dich um, du da hinten! Okay, Talkpower, ich mache Talkpower rein. Tut mir leid an die, die es nicht verdient hätten. Es hat nichts gebracht, dass wir uns dort zu klumpen schießen lassen. Es hat nichts gebracht, dass wir uns dort zu klumpen schießen lassen. Dominik und Johannes, bitte, Talkpower noch rein. Linie bei mir sammeln, nachladen. Talkpower noch den Dominik und den Johannes geben. Ihr Kanal wurde editiert. Tut mir leid an die Leute, die sich jetzt benommen haben, aber ihr müsst ruhig reinkommen, ganz einfach. Und ihr müsst auch mal auf... Okay, dann bitte sofort auf den 1-Monday-Historical-Server und dort die Russen nehmen und die Dritten verloren. Was müsstest du jetzt eigentlich sagen? Weil in der Channel Description die Informationen stehen. Und wenn sie am Channel klicken, wenn sie darauf in den Channel kommen, dann sehen wir es eigentlich. Okay, lockere Formation! Feuer frei, auf die Linie da unten. Passwort ist London. Wir müssen das nächste Mal mehr aufpassen. Das war nicht in der... außerhalb der Formation. Ich hab nicht drauf geachtet. Okay, nach dem Nachladen Feuer einstellen. Wäre es theoretisch... Okay, nachladen, abbrechen, weglaufen! Los, folgt mir! Wäre es theoretisch nicht auch möglich, Cliff, wenn wir zielend über den Berg gehen und dann schießen? Ja, die Linie geht dann. Ähm... Ne, geht nicht, okay. Wir dürfen unsere Formation sind, kein bisschen bewegen und zu schießen. Ja gut, dann machen wir das. Das Feld und das Skirmische schicken, wir sind ja keine Skirmische. Ja, okay, dann machen wir das. Das ist nicht so. Ah... Ich werde schon wieder von Hawk-Zug gespamed. Nicht stehen bleiben! Ich spam zurück. Ich lasse es. Wo ist eigentlich der Rest unserer Armee? Nein! Ey! Nicht! Das wäre, äh... Nicht zum Teamchat schreiben. Links da drüben sind das Verbündete? Seid ihr denn jetzt? Ne, das ist nicht ne preußische Flagge. Verdammig! Wo sind unsere längeren Verbündeten? Ganz, ganz links sind eure Verbündeten. Hinter euch, die sind genau hinter euch. Die musst du aufpassen. Hm? Also Leute, lauft im Schussmodus. Wir müssen... Verdammig! Und bildet... Versucht mal eine laufende Linie hinter mir zu bilden. Boah, guckt euch an, wie krass gebalanced die Team sind. Alter, Alter! Leute, lauft schneller, die holen euch ein! Seid ihr auch im Schussmodus? Ja, die... Ihr... Ihr habt wieder Abstand bekommen. Und das nächste Mal an alle. Ihr dürft... Ihr müsst einfach mal zuhören. Ey, ihr habt eh keine Chance gegen die Linie. Jetzt redet ihr ohne Scheiß. Ach... Das ist... Was sollte das denn? Na ja, gut. Das war auch keine Chance. Guck mal, jetzt setzt du dich um und schießt der eine Händigkeit auf. Okay, Linie! Rechts von mir! Legt an! Und... Feuer! Ja, Schredi! Gut geschafft! Nicht weglaufen! Nachladen! Du hast uns gute Zeit gekauft. Man bewegt sich nicht von alleine, egal in welcher Situation. Legt an! Bei wem ich das sehe, das wehre ich mir mehr an. Ja. Und... Feuer! Lauft! Gut, Obi. Weg da! Lauft! Oh! Die hat's getroffen. Oh! Jetzt musst du dich in eine andere Linie anschließen. Ja, hätt's mich getroffen wäre ich übrigens draufgegangen. Ich hab auch schon einen Hitab bekommen. Oh, wer denn noch jemand hört? Ich mach's selber. Es wurde wieder vergessen auf bestimmten Lauten. Und Ben würdest du nicht zuschreiben? Ben, eigentlich es heißt Guerilla Warfare und... Wir sind keine Guerillas. Obwohl... Ach, nee, du hast mit Absicht phyralegisch geschrieben. Aufgehört. Die Leute, die mich abonniert haben, werden den Witz sogar verstehen auf YouTube. Abonniert und nicht check-in trotzdem. Dominik, du kannst nicht sprechen. Ja, jetzt zu wieder. Eben ging es nicht. Wurde das Passwort geändert? Warum? Weil Bellisfied nicht reinkommt mit Passwort London. London Klein, Klein, London, Klein. Ja, hat er doch gemacht. Ja... Okay, er ist jetzt da. Ja, siehste. Sind das Verbindete? Weil er eben geschrieben hat, dass Dings nicht ging. Ja, ist doch gut dumm. Nein, das... Sind das Verbindete? Ja, ähm... Warte nach. Warte nach. Nach dem Nachladen schließt du dich denn nicht auf. Die machen doch das Gleiche. Ey Cliff, die machen das Gleiche wie wir. Da wird sie nicht aufgeregt, oder was? Ja, jetzt ist die Rune sowieso vorbei. Hey Cliff, die sind vorbei. Ich bin trotzdem gut, gut, Flemming. Ben. Jeder Schuss, den du abfeuernst, der muss sitzen. Boah, ey Brot. So war das nicht gereinigt. Ben, bitte alle nichts mehr reinschauen. Ich bin auch nicht in die Team Chat, 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 oder schreibt es euch mal. Achtung, die kommen auch gleich über den Berg. Ja, jetzt kommen sie über den Berg. Wo? Genau über den Berg neben mich. Flammy, gut. Wir haben Flammy, gell? Ach, wie fehlt sich Flammy? Oh, die Säure. Auch noch der Krone. Ich kann ja nur. So, wieder los. So, wieder los. Aber die Spiel, die überlebt haben. Ja. Achtung, Lock, von mir. Ne, doch noch nicht. Achtung, Lock, Formation, ausführen. Zusammenbleiben, schön nah zusammenbleiben. Warte. Warte. Lache Formation, oder? Ja, aber nah zusammenbleiben. Lockere Formation, aber nah zusammenbleiben. Muss ich in die Mitte? Ja. Wir gehen wieder von unserer Auti. Versteh das auch. So, auf den Hügel. Achtung. Auf die Hügel, Linie hinter mir. Und auf den Hügel. Dort, Schnelllinie. Und ordentliche Linie, bitte bilden. Das nächste Mal beschützen wir die Arti, das geht nicht so weiter. Das ist immer mit Charmenscheren. Ich glaube, das ist eigentlich deine Aufgabe, was ich gerade mache. Ich mache doch gar nichts. Rechtsum. Ich habe ihn jetzt wieder angestellt. Ach, egal. Er meinte damit eigentlich, du solltest beorten sollen. Hinter uns. Die ist gesichert. Achtung, uns. Das sind Verbündete. 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 Er hat das gerade gesagt. Entschuldigung. Ich habe lediglich auf 120 Pixel. Ist schon gut. Achtung. Dings um. Die hat da mir. Die hat da mir. Die hat's Marsch. So. Die die nicht überholen. Das bringt nur unordentlich Informationen. Wenn ihr gleich wieder anziehen solltet, geht ihr hinten wieder ran. Achtung. Das sie. Oh, da ihre Leicht. Ey, ihr kriegt schon wieder Kotze. Ach, Kretze meine ich. Valorieren. Valorieren ganz schön da vorne. Achtung. Lockere Formation. Ausführen. Auch wenn ihr wahrscheinlich nichts treffen werdet, bin wieder da. Können wir die anlegen? Hochzielen, hochzielen Stimmig hochzielen Scheiße, wir haben den Kopf legen, bin sogar noch höher Und Feuer Also hättet ihr jetzt getroffen, hättet ihr von mir eure Ohren gekriegt, das glaubt ihr nicht Wir haben jetzt ein Dutzend Headshots gemacht Achtung, die bauen sich auf Reisefeuer ist aktiv Nah dran, teilweise drüber Da kommt ne Linie So, kriegen wir auch mal ne Schmerz? Lass uns hier immer voll aufbaden Das heißt, für die Regel ist er aber auch nicht, ne? Nicht für den Schmerz Ja, das war's mit unserer Artie Linie, Feuer, Halt, Feuer, Halt, Feuer, Halt Das ist ein Desseres bei der Artie Loll, felssaues Kopf, weil Auf die Linie 10, auf den Knäuel, der sich da bildet Und Kompanie, Feuer Mittlerweile könnt ihr auch schon wieder 180 Grad drehen Und Linie hinter mir, Linie vor's Barsch Ja, deswegen wollte ich da weg Sorry, Schledi, kam zu spät Schledi, es kommt davon, dass du mich überholt hast Hey, nachladen, bitte abbrechen Jo, einfach abbrechen, alles abbrechen Achtung, lockere Formation Und Kavallerie Und nahbleiben, preisfeuer nah, beieinanderbleiben Okay, schön, beieinanderbleiben Okay, schön, beieinanderbleiben Da kommt nicht, da kommt nicht gleich Ach, ja, Linie Beieinanderbleiben Komm zurück, komm zurück Das ist die Kavallerie, die Beine machen hier nichts mehr Da kommt die fette Leine, nachladen Komm, hat er gecharged Komm, hat er gecharged Hey, Cliff, komm Komm, Cliff, also Kavallerie hat uns gecharged Bitte Das kannst du uns jetzt nicht vorheilen Gut Er läuft doch mal ein bisschen überläuft ja hin George George Zeigt mal ein bisschen Disziplin, Leute Und läuft hinter eurem Vordermann Achtung Lockere Formation Ausführen Freies Feuer Achtung Sitzen bleiben, nur in der Formation schießen Nachladen Lass sie kommen Lass sie kommen Nicht nach vorne Nicht nach vorne bewegen Kein Stück Runter Rechts von uns Ja, wir müssen hier weg Wir sind wieder eingeklammert Oh ja, rechts von uns Runter von den Berg Runter von den Berg Ja, los, Leute Lauft Go, 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 go Runter von den Berg Nicht schießen Nicht schießen Nicht schießen Die geht, weil es ein Wind so hoch ist Ja, hopp Ja, hopp Beim vordersten Leitreformation bilden Äh, Leitreformation Lockereformation Ja, jetzt los stehen bleiben Lockereformation bilden In Richtung der Feinde Hopp, mach doch Los, los, los Den Knien anlegen Nicht feuern Auch wenn die anderen Jetzt gibt den Feuerbefehl Die gucken mit ihren Köpfen über den Hügel Das ist fies Wechseln Ja, lau'ch Behindert Gut, schultern Die sollen schultern Alle schultern Hopp, hopp, hopp Lasst's doch liegen einfach Die schwerdehs aufnehmen Die wahren Die häsen, die in den Grundsatz Ja Kommh, glaube ich Weil gleich Weckert weg Leute ihr spielt gut, also behaltet diese Kampferwahl, behaltet den Kampfwillen, lasst euch nicht davon entmutigen, dass wir hier angemeckert werden bei dem Charge, schießen oder so Das kann gar nicht sein, hier, überlegt mal, der ihre Leichte schießt auch in Charge Und da ist das nicht schlimm, hier, hier, das ist keine Formation, die schießt Dixag, rechts von mir, Marsch Ähm Tom, das weiß Feuer, fiel hier da unten Tom, Battlespeed ist auch gegangen, weil sein Vater den Kugel ausgemacht hat, und er hat einen riesen Anschluss gekriegt, weil er wieder gezockt hat Okay, ihr beiden, da hinten, der enthält ein Panther, das ist kein Zitzag Ohr einstellen Zoltan Die 18. hat, glaube ich, die 18. kämpft sich jetzt Ich hoffe, sie kämpfen sich durch, aber das ist ideal Sollte Achillerie helfen Hopp, hopp, hopp Los, lauft, lauft, lauft Cliff, wie wär's, wenn wir links um die Hände gehen und sie flakieren? Wenn's euch vorhabe Das mach, das muss man machen Leichte Linie, links von mir und freis vor Nicht hinten Hopp, was geht? Und Charge, Charge, Sieh weg, mach, Sieh weg Für schöne Charger gehen wir zu sehen Passt auf Teamkills aus Oh, das wird noch gesagt Keine Teamkills Ich weiß, es ist manchmal ein bisschen laggy im Nahkampf, aber ganz besonders, wenn wir nur gegen einen kämpfen und dann auch nochmal gleich mit 5 Mann, das ist viel zu vieles Achtet darauf, dass ich zu zweit auf einer sticht oben oder unten Achtung, dort unten kommt noch eine Linie Maxi als Kommando, glaube ich Bin tot Äh, wer dann? Lien ist noch am Leben? Leute, formt bei der Kanone eine Linie Verlebt noch, verlebt noch, verlebt noch Oh, wo? Lien, Lien hat's Kronen Ne, ich bin auch schon tot Bei Lien müssen wir Attackbau bekommen, oder? Lien, Herr Kronen Lien, du lebst noch Kommt dort, schrie dich an Achtung, Lien, Lien Pass auf, die laufen jetzt so Ne, geh weg, vor der Arti, weg hier Geht von der Arti weg Geht von der Arti weg Geht von der Arti weg, die kann schießen Geht von der Arti weg, die kann schießen Geht von der Arti schießen, äh, in die Arti stellen Nicht zu weit hinten, hinter die sie stellen Es ist besser, wie die Arti, oder nach der Kananlier Und, George, ich begrüße deinen Treffer, aber nicht vorgehen und schießen Ah, nicht vorgehen, ja Hör auf, bleib, bleib, schütze Okay, Linie, hinter mir Los, 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 Linie Ah, habt ihr alle nachgeladen? Ja, da kommt eine Linie, da kommt eine Linie, da kommt eine Linie Okay, Linie, los, 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 los Ach du Oh, was für ballert der die Kartetsche? Macht nichts, schon Ach, aber die dürfen so vorrücken Ja, das meine ich so Linie, links von mir Wow, nein, 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 Linie hinter mir Ja, du Bauschuss mit, ja Geh auf den Hügelin Lieg an und lasst Angegen, links von mir und Feuer frei Lauf so viele nicht vor mir rum Gut, Army Zielt besser Achtung, vielleicht könnt ihr nochmal nachladen Ja, ihr habt noch einen Schuss, Leute Und bewegt euch nicht zum Schießen Und keine Teamkills Nicht Feuer Nicht bewegen Und jetzt Charge, Charge, Charge Und nicht mehr schießen Nicht mehr schießen Keine Teamkills Und jetzt die Offiziere ruhig sein Oh, die hat sich schon mal runter gekämpft Ja, ja Okay Schöne Runde, ihr habt gut geschossen Ja Auch wenn am Ende Ein paar Fehlschüsse dabei sind Aber das ist so nah Nichts wieder Möglich Man wir nochmal so eine Runde So, ihr könnt auf NumBlock 2 drücken, dann nehmt ihr die Linie wieder sofort Linie, vorwärts, Marsch Aber wir gehen jetzt mal andersrum Ach, wir sollten mal eine Artie bleiben, Marsch Die Artie wird geschützt von ihrer Garde unten Das hat ja in der Runde halbwegs gut geklappt Genau Jetzt versuchen wir die mal von woanders zu überraschen Die wissen langsam, wo die wir lang gehen Rechtskunde, die Bücklinie Wo seid ihr jetzt lang gelaufen? Ich bin wieder da Ah, ich seh's Rechts Ok, ich seh eine Linie Wer ist denn das da oben? Warte, wir hatten jetzt kein Visier hier Sorge ich mal What the fuck? Sorge Ja, Entschuldigung, ich bin rausgekommen, muss ich mich hier hinten anschließen Offiziere, die Augen auffallen Das wird jetzt gleich ein ganz drügiger Kamp für uns Ich hab nur noch eins Ihr müsst jetzt bitte ganz schnell reagieren Das erhöht unsere Reaktionsgeschwindigkeit Achtung! Locker formation! Ausführen! Freies Feuer! Gut, 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 gut! Nachladen! Schön auseinander! Bleibt standhaft! Standhaft! Lasst euch nicht verarschen, kommt gleich ab der Ideen aufweggenommen noch mal nachladen und ein freies Feuer ich wollte ihn haben, soweit alle geschlossen haben Charge 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 Charge, komm Charge, hier, komm ich ziehe ich mehr schießen hey, ja, danke, ey, das ist doch ein Ding Ruhe! keine Flamerei im Charge Johannes, du bist der Hammer oh, scheiße die in dem Bild laufen los, los, los dann hier Lock-Reformation Lock-Reformation bilden, los, los, los Lock-Reformation, schön zusammenbleiben, freies Feuer bleibt so, bleibt so, lasst die Artillerie sich bei euch retten bleibt so, bleibt so und schießt nicht auf die Artillerie schießt nicht auf die Artillerie lasst sie sich bei euch retten die checken es nicht nicht mehr, nicht mehr schießen, wir chargen gerade ein bisschen zurück, 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 alle zurück alle zurück, alle zurück, alle zurück schießt ihn nicht, schieß ihn nur auf der Formation heraus ab Achtung, die sind da noch Blauwert, dass man enttäuscht ist echt Warum denn, ich bin Artillerist also komm unsere Kavalerie, komm unsere Kavalerie hier komm unsere Kavalerie Ok, bleibt noch so Feier einstellen, Leute Feier einstellen Feier einstellen Bleibt noch so Achtung, hoch auf den Hügel Denk mal die Kamer Steine im Brett bei der achten Ja, wir haben ziemlich viel gerettet Ja, und ihr habt glücklicherweise keine Teamkills gemacht Achtung Das ist sehr gut Lockere Lie Lockere Formation Ausführen Hier unten Ich bitte nicht vor die Kavalerie runter an den Hügel Hier, hier, hier unten Los Zum Fuß des Hügels, Leute Ja, zum Fuß Los Hier hinten, hier hinten Links auf dem Hügel geht ein Kampf ab Nicht reinschießen Da sind Verbindete Schön dort bleiben Leider auch nicht Uh Manche Arterie stehe vor der Fünste Stellung Ja, ich sehe Linie hinter mir Los, 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 los Los, 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 los Los, los, los Los, los, los Los, los Los, los Wir sind die Asteriett-Charpsen Ähm, und dann wieder, wie letztes Mal Unser Vorteile war da raus fliehen Wollen wir dann wieder mit Hass gestraft werden immer nicht danach wurden wir uns beleidigt weil wir unsere Atelier nicht beschützt haben heute Hallo Ich bin es wieder Achtung umdrehen 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 Da bin ich jetzt schon wieder voll Achtung, Lokomation auf dem Hügel hier Lokomation auf dem kleinen Hügel hier und dann Feißfeuer Feißfeuer dann sobald ihr alles erhält Feißfeuer auf die Linie nach oben und die Linien Dirk Einmal waren die die mit ihren Waffen wie sonst und geht es in der Reihe abdrucken E-Mail-Tierre spektakulieren er hat noch mal als die Anlass der Klauze an Straten Abbrechen alles abbrechen Lauf Das war eine schlechte Idee. Nee, das hat, das... Das bringt's aber auf zwei Linien zu schießen. Das hat jetzt... Ja, was soll's machen? Wir haben uns zurückgezogen, hätten wir noch mehr, ohne dass wir auch mal geschlossen hätten. Achtung, hier in Anlagen. Sobald geh immer nur ich drauf. Ich möchte... Irgendwas wenigstens von dem Scheißhügel runterzukommen. Okay. Wenn irgendeine Idee ist... Achtung, Lok-Formation hier, die kommen den Hügel runter. Hier, Lok-Formation. Die Linie, die auf den Hügel runterkommt. Das war jetzt Feuer, sobald ihr sie richtig seht. Das ist die erste Gegente, hm? Sechste Garde. Die sechste Garde. 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 Wie schnell. Herrr. Arribaar. Bin ich nicht mehr. Das ist die Offizierleute schießt doch nicht auf den. Nicht auf den auf den hier schießen. Ja. Wenn du da den Offizier trifft, das mir egal würde. Jetzt zu kümmern. Nein! Ja, geht jetzt weiter. Oh Gott! Wir haben sterben! Oh Gott! Eigentlich schon drauf. Genau vor euch die... Achtung! Die Charge von der Seite! Voll einstellen! Feier einstellen! Das war ein Glutterhead schon. Sobald ihr euch hier rausgekämpft habt. Damm! Drei Leute! Gut! Achtung! 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 Rückzug! 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 Weiter zurück! Weiter zurück! Und nachladen! Lass die französische Flagge weg! Pfff! Ja, hinter den Baumstamm! Wurde von Richard Sharp getötet! Bumsarer! Nein! Nachladen! Und dann freies Feuer! Die Chargen nennen dort! Na super! Das ist Garde, das ist die sechste Garde, Leute. Das heißt, ihr habt die Chance, Space Raid zu töten. Gut. Oder war Bläsir denn das? Vollt egal, Flammy. Ich weiß. Nein, nein. Das ist die feindliche Kraft, ja. Ohne Scheiß? Ja. Freies Feuer. Das sind aber richtig viele. Da kommt ne Line, da sind die Leichten. Ich glaube, wir sollten uns noch leichter aufstellen. Da kommt noch ne Line. Ich komm. Die, dann geh weg, das mein bleibt. Nein, 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 nein. Himmel, Maria, Arsch und zwei. Nicht. Egal. Der Felsau trifft von mir aus. Den kenn ich irgendwo, ja. Äh, einer ist. Ja. Da ist er hochrangig in der Union-Armee. Die Rechten, Leute, die sind sehr nah. Ja, die Leine. Die Kanone stellt sich auf. Die Kanone stellt sich auf. Die Kanone stellt sich auf. Mach mal wieder Formation hier. Nicht alle einfach umlaufen. Achtung, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Wo ich bin. Hier hoch, hier hoch. Ich will doch noch Formation neu bilden. Ich will doch noch Formation neu bilden. Ich bildet hier eine neue Formation. Hier hoch. Was heißt denn? Wir sind hier. Und dann freies Feuer. Ja. Etwas wieder auf den Berg, auf den Berg hochgegangen. Auf die Spitze des Berg. Ach so. Jason, komm hier. Auf der anderen Seite. Ja. Ich hab kein Schießglück gerade. Timuni, gut. Jetzt kommt da mal was rüber. Oh, den Lehrer noch kenn ich. Rommel ist Erster. Ja, den kenn ich auch. Nein, verzogen. Nein, ich schieße immer gegen den Bauch. Musst du halt hoch. Merke ich gerade, ja. Pass mal auf die Linie auf, die der kommt. Vielleicht kann der da mehr rausholen. Oder wie geht das außerhalb unserer Sist Ranch? Die kommt jetzt hoch. Die kommt jetzt hoch. Ich hab noch den Flame auf, ohne Witz. Die Linie kommt hoch, pass auf. Die Linie kommt hoch. Links meinst du? Ja, links, Leute. Ja, da sind sie. Alle hierbleiben. Bleib, 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 bleib. Nur im Stehenschießen. Was ist zur Hölle? Das macht ihn nicht vor und zurück. Achtung. Hinter, hinter, rückzug, rückzug. Rückzug. Lass uns fort. Hinter den Bergkamm, hinter den Bergkamm, rückzug, komm. Wenn ich euch jetzt anscheißen musste, bist du gestorben. Das reicht. Wenn wir zu weit laufen. Halt. Halt. Nachladen. BDS. Erlaubt. Kann ich mir das Schwert halten? Ja. Genau. Fack. Passt auf die Kampferie auf. Ja, gut, gut, gut. Reicht, reicht, reicht. Da kommt die Garde. Freies Feuer auf die Garde. Scheiße. Das war schön, wenn ihn gedient zu haben, Sirius. Es ist doch nicht vorbei. Der Ärmste. Charge, 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 zu weg, komm. Nein, 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 nein Es ist jetzt die letzte Runde. Es ist jetzt unnötig zu sagen, dass wir uns nicht zurückziehen sollten. Wir sind irgendwie alle tot. Ja, mein ich... Nein, davor... Der wollte später einer wegrennen, das mein ich damit. Das heißt, nicht mehr bewegen, einfach nur nach vorne gucken. Guck jetzt mal hier. Wusste ich doch, einige sind noch nicht da. Flemmi, äh, äh, geht mal da... Sorry, sorry, ich wusste nicht, dass das... Gehen hinter mir. Hinter euch, hinter euch, hinter euch. Jetzt gibt's hier, Linie hinter. Los. Sorry, Flemmi, ich hab jetzt... Ich dachte, das reicht. Ich dachte, das reicht. Vor allem, ich bin die Linie so auf dem Weg nach ihr. Ich bin dir nicht böse. Das ist das Schlimmste, oder? Das war mal krass, du Arschloch! So, Linie halt. Und dann heißt es wieder Blaubeer. Einfach so, einfach so. Ja, die gehen wirklich auch mal. Die fallen gleich alle tot um. Die drehen... ... schon am Rad. Die werden versteiner. Medusa. Wir könnten uns eigentlich riskieren, hier vorzugehen. Weißt ihr, es kommt da noch ne zweite Linie, die wird euch total auseinander pflücken. Da kommt die Kaff, da kommt die Kaff. Wo? Reißfeuer auf die Kaff! Oh, ihr seid so erledigt. Haha, Tom! Ja, und? Nee, ich geb dir Feuerschutz. Bleib! Nein, ich hab' ihn! Zurück! 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 Ich weiß, ihr wolltet mich retten, es geht schon. Zurück! Weiß Feuer! Das wollten sie mich dann erschießen? Wenn sie auf die Kaff schießen. Rechts! Was denkst du? Bleib dort, bleib dort! Das wäre piekt so. Rechts kommt... Oh mein Gott! Pass auf, die kommen auch von rechts! Nur von allen Seiten! Ja, und jetzt kommt vor euch eine Linien-Infantrie, dreht euch wieder nach links! Nicht bewegen! Bleibt ruhig! Schieß! Sie sollt sich eher schießen, Leute! Nicht nur Angst einjagen! Die haben so eine Schneise hier reingemacht! Ach! Es ist an sich Skimmischen schießen und weglaufen! Wir sind in einer Linie leer! Hinter uns! Rechts von uns! Rechts von uns! Hinter uns! Rechts von uns! Nachladen! Nachladen! Scheiße! Ich bin weg! Weiß Feuer! Weiß Feuer! Weiß ist in Command! Hör die Kavare ab! Wir tun uns die Kavare! Unsere kommt! Unsere Kaff kommt von hinten! Da kommen jetzt noch mehrere Linien! Bleibt euch bei mir! Bleibt euch bei mir! Seid ihr in... Seid ihr in... Wir haben Kölben oben! Kruschelkölben! Meine Linie hinter mir! Die Skirmisher von denen stehen... Linie vor dem Marsch! Am Hang! Rechts! Nach hinten! Stehen die Skirmisher von denen! Die haben auch ein Teamkilled! Mein Gott, haben die es drauf! Äh, letzte Formation! Jawohl! Schöpfer weg! Schöpchen weg! Schöpchen weg! Schöpchen weg! Keine Teamkills! Bleibt euch! Bleibt euch! Bleibt euch! Zurück! Artenary! Hier welche Formation bilden! Kata, das hättest du nicht tun dürfen! Echte Formation! Kata ist nicht von uns wahr! Ja, das ist wahr! Krash. Kommando ist... Seid! Ich kann die anrufen! Einfach leicht die Formation und noch draufließen müssen! Ich kann die anrufen! Achtung! Hey, ich kann die anrufen! Ah, da ist Kavi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Kann die 18. zeigen, was er kann! Hinter uns, hinter uns. Achtung hinter uns. Hier runter, hier runter. Hopp, hopp. Auf jeden Fall nach. Wait, wait, da. Treib gleich Sorry rein. Hallo, Jungs. Mir nach. Ich bin hier unten. Okay, runter, runter, runter. Runter zu mir. Komm, die 18. wird weggemacht. Ja, tsch. Geht sterben, ihr Hunde. Das brauchst dir jetzt nichts mehr vorzumachen, glaube ich. Noch ein paar Skills auspacken. Shimuni nicht im Charging. Das war eh die letzte Runde. Ja. Wer wird dir ebenfalls nicht allein mit der 100.000 steuern? Scherz. Ausgeschlossen in die Ecke gestellt. Wer will heben denn bitte, du? Herz. Ja. Ja. Die Ecke. Untertitelung des ZDF, 2020